so das nächste Relikt ist auch gar nicht so weit weg ich soll hier nur rauskommen Achtung ganz langsam Achtung wieder zurück auf der Straße das hat mir hier irgendwo rein na gar nicht gut gar nicht gut so ich verpasse mich in den Dschungel oh nein so weit oben come on muss ich schnell nach unten kommen ja Verstärkung was wollt ihr mit Verstärkung bin da alleine hallo braucht doch keine Verstärkung ich hab mich nicht mehr gewehrt ihr Deppen ist die Verstärkung da ist haben die mich eh verloren ich bin doch schon lang schon weg hier die gammeln sicherlich irgendwo da oben rum ich bin schon ganz unten so da in dem Haus okay das wird denkmal ein bisschen einfacher das Relikt das steht einfach im Haus drin und wartet davor nur drauf dass wir es schnappen so was haben wir sonst noch hier oh müssen ich oh ein bisschen Geld hier liegen lassen so und jetzt haben wir hier die Bull hab ich eigentlich hab ich gedacht wir kriegen eine Maschinen Maschinengewehr ne Maschinengewehr voll deutsch hab ich mir gedacht also wie komm ich an das Geld ran es liegt vor mir und ich krieg's nicht so erstmal hier ein bisschen den Sessel vorgewaltigen und hier liegt ach ne doch kein Geld schon gedacht weil es so komisch leuchtet aber es war von der Sonne so holen wir uns noch die Kiste ab und dann so müssen wir nochmal hin hier hin anführe der Rakiert können wir mal hier an die Stadt hingehen haben wir nach hier aus dem Paschen okay so und dann würde ich sagen tun wir gleich mal hier die Pumpe ausprobieren so und ein paar Sachen verkaufen haben wir hier noch ein bisschen was gefunden nur grüne Blätter ne nur grüne Blätter okay ja okay ich hebe ja eigentlich nur grüne Blätter auf das ist so ähm okay ich hab doch die Bullen bekommen aber oder war das war doch schon eine Schrotflinte also so rein von der Form her sah es doch aus üblich na super hallo spezielles nein auch nicht Konsum Karten einzigartige Waffen die Bull kostet mal 3100 okay alles klar super da müssen wir noch ein bisschen sparen so was haben wir hier bei Karten Objekte diese Karte zeigt alle Sammeln und Gegenstände näher von Amanak Amanaki auf der Nordinsel ist ja auch mal cool Beute diese Karte zeigt eigentlich standard alle Beutekisten okay und was sind Objekte hmm wir sind ja grad eh bei Amanaki dann können wir ja grad mal gucken was das dann ist vor allem hey Beute kostet halt 1500 so viel Geld hab ich gar nicht gucken wir mal was Objekte sein kann so wir mal auf die Karte schauen was sehen wir hier schönes was hat sich geändert ach jetzt sind wir glaube ich auch die Relikte oder aber unten haben wir doch auch die Relikte gesehen ansonsten sehen wir ja groß gar nichts die Tiere sehen wir die Beutekisten sehen wir eigentlich auch so ein bisschen Autos also vielleicht hat die Relikte dass das die Objekte sind aber was ist dann die Beutekarte das wären ja dann die Kisten eigentlich aber die sehe ich ja auch hier da oh hier haben wir verloren Brief okay der wurde wohl halt neu angezeigt aber ich würde sagen wir gehen erstmal zum Funktor bevor wir hier lang rum machen so wo geht's hier raus hallo Türe hier meine so da vorne haben wir gleich ein Auto sogar gleich in die richtige Richtung jetzt sind wir schon wieder in dem unterforschen Gebiet oh da da vorne fährt einer die wollen wir eigentlich nicht provozieren so mal ein bisschen langsamer fahren mal wieder ein bisschen Gas geben oh da oben ist schon der Turm okay also müssen wir eigentlich nur noch ziemlich oh geradeaus Alter warum können wir jetzt hier so oh ja ich fahr mir hier geradeaus kann ich wieder ein bisschen Gas geben aber hier sind jetzt so blöde Klippen wir hätten glaub nach links müssen oder wir können hier hoch wow hallo was ging ab man oh ich sollte nach vorne schauen wenn ich fahr aber egal so mein Geländewagen der bringt mich auch schön nach oben oh 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 come on das schafft man schon cheap warum ist kein Mist das kommt einfach Musik hey die stört grad richtig so rollst zurück nö ok Handbremse angezogen glaub so jetzt hat die neue hier perfekt hochkommen mit dem kräftigen Sprung geht das oh hier wär auch ne perfekte Straße gewesen oh da kommt Besuch na super müssen die grad jetzt kommen oh come on die Sonne geht runter Jungs ihr habt Feierabend aber egal mal so was haben wir Molotow und nachladen ok sind jetzt nur durchgefahren oder nö die haben hier geparkt naja super ok wir könnten nochmal aus Jux jetzt mal mit der Leuchtpistole einfach mal gucken dass wir das Auto treffen aber die fliegt dann doch ein bisschen nach unten aua warum brenne ich ok groß interessiert hat sie auch nicht so dann geh ich halt mal nach oben oh jetzt kommen die auch noch hier ein Stein könnt ihr mit dem spielen ähm hallo ach da ist ja ok da sind so Bretter na zu dann muss ich ja noch weiter da zu den Kollegen rüber Jo dann packen wir mal die Sniper aus so oh warum rennt ihr in meine Richtung finde ich jetzt gar nicht gut na super wie sie es genau wissen Alter warum wirft in der Granate ok Angriff wow ok hier einmal hier so ein Feuerstoß Alter wie wuff der Idiot nicht richtig super oh der stand nicht mal tot so jetzt aber natürlich habe ich nicht gewischt das glaub schon du hallo schon im Shooter da muss man treffen können das wäre ein bisschen von Nachteil wenn man nicht trifft so ok weiter geht's nach oben irgendwo klettern na oh das ist ja bei außen wo komm ich nach außen komm ich nach außen ok ich will noch den Sonnenuntergang sehen wäre sehr geil wenn da nach oben sind so komm wie hoch geht's noch oh da kommen Gegner wir haben das schon gesehen dass da leichten natürlich liegen so blöd sind sie auch nicht so sind wir ganz oben oh yeah cool aber es ist schon es sieht schon eigentlich noch ein bisschen cool aus aber leider eigentlich schon wieder zu spät so dann können wir dann gleich mal hier aktivieren ok was war das grad am Schluss von der Hütte das würde mich ja schon interessieren so und die Gegner die sehe ich von hier gar nicht oh aber der Jeep der stand vorher doch auch noch nicht da oh ne MP5 gratis in shop cool volle Leistung ok warum volle Leistung eigentlich habe ich doch gar nicht alle aber egal oh wir müssen ja in die Richtung was haben wir da ach so so komische Vögel schon gedacht ey die Gegner sehen ein bisschen komisch aus ja schlaf dir nicht Leute oh hallo woher hallo woher scheiße mein woher kommt der Hund nein ich hab mir gedacht hier ist jetzt irgendwo ein Kleid oder so aber dann kleide ich mal hier runter Alter was ist das da sind die Schildkröten? Alter wie geil man guck mal wie die reingehen hallo Schildkrötis hallo hallo kann man die so kaputt machen? Alter wie geil Galapagos Riesenschildkröte was kann ich mit dem machen? ein Panzer mitnehmen? dann wie Mario schmissen was gibt's da? Panzer alter da gibt's wirklich ein paar hey ich hab ein Panzer Junge guck mal voll in die Burne voll in die Burne hallo alter das interessiert ihn gar nicht so holen wir hier noch den Panzer keine Ahnung vor was wir haben Panzer achso die lebt ja noch ich hab ihn in die eine umgebracht ekelhaft naja na lecker so soll ich den einen Panzer noch holen? ja come on hallo? wo ist der Eingang? hier vorne glaubt so zack zack und wieder zwei Panzer so und dann gehen wir weiter weit ist eigentlich überhaupt oh schon noch ein Stückchen aber wir kommen an einem Relikt noch vorbei das können wir eigentlich auch grad noch mitnehmen und wenn wir da grad auf dem Weg sind die müssen eigentlich nur relativ gerade bleiben oh nein da kommt ein Auto schnell weg von der Straße ich hoffe jetzt nicht dass die hier abbiegen ah ich glaub ne die biegen glaub nicht ab zum Glück nicht so war nicht bei dem Auto das Relikt das war doch bei dem Auto ha ah ne da ist nochmal ein Auto ok alles klar hab ich mir ja gar nicht so getäuscht war nur ein falsches Auto und noch ein Auto ok so so also